so direkt weiter direkt weiter ich brauche irgendwelche blöcke wieder fischen ziehen 2 fischen ziehen 1 fischen 2 power unbreaking power unbreaking flame so schlau hier runter ohne es mitzunehmen ja schlau zudem machen wir jetzt erstmal zu komplett hier ist erstmal leer blazes ich weiß da bin ich schon gut vorbereitet für eine runde places fackeln was für fackeln place ich werde dann fackeln wie sonst was aber ist mir scheißegal ich habe einen trank dafür gemacht mit fire resistance ja sonst brauche ich da nicht reingehen sonst sterbe ich ja instant verdienst du doch auch ne ich werde sowieso wenn ich den raum erstmal geklettert nach oben gehen muss man alles ablegen so gehe ich da jetzt rein auf der yolo ne 24 sekunden hält der trank okay so den noch einschieben yolo ich brauche meine spitzhacke wieder ich bin rausgegangen oder was ja engern hat meine spitzhacke engern hohensohn hat meine spitzhacke baust du gerade ab ich hab die schon abgebaut jetzt ja äh wo bist du ich seh dich nicht du bist ich seh dich nicht du bist bei mir unsichtbar ja ja wenn ich dich gleich scharge tut es mir leider leid ich bin halt gerade rausgegangen du Arsch du bist bei mir du bist selber du bist selber ich steh hier hinten nein du bist unsicher bei mir ich muss gleich re-loggen alter der mann schwette ich steh hier im raum also in der öffnung ja ich muss re-loggen ich seh dich nicht was what the fuck na klar meint sie werfen die werfen noch damage portions und sobald ich ein skelett trifft instant tot mhm und außerdem muss ich deine re-loggen nicht du doch jetzt ist irgendwo meine spitzhacke weg hattest du so eine goldene spitzhacke nein hab ich nicht welcher von euch zombie gehirn fickern hat meine scheiß spitzhacke ups was war das lol was machst du ich hatte mich nach unten gegraben und naja dementsprechend bin ich tiefgefallen gerade warum ich frag nicht ich frag einfach nicht nee lass das auch ja brauchst du nicht äh entweder sterbe ich gleich oder ich sterbe ich muss schnell was essen du sterbst ah jetzt sehe ich deinen namen auf jeden fall so ich habe keine tränke mehr das ist super ach hast du gecleared jetzt hier drin na klar mach mal dein wasser weg ja chill hallo das wasser hat mir voll den arsch gerettet ja ne ich wollte eigentlich hier gehen die blazes los warte mal joo weg 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 uuuhu ok ich weiß wie der plan jetzt funktioniert geh mal vom wasser weg komm jetzt ok da ist irgendwo eine wand wo ist ungefähr der block so feuerproduktion hehehe hey blazes ich hab was für dich so was machen warum hast du hier noch ein loch gemacht ich dachte da wäre eine mauer aber das sind ja immer zwei tief ich geh mal runter kommst du mit ja na klar äh ich trinke noch den firetrunk den habe ich jetzt bestimmt doch den habe ich abbekommen so einfach mal den spawner abbauen in ruhe ja mach das mal ich geh die mal hier ne ja ne das glaube ich ein dirtcreep explodiert hm glaube ich auch oh alter direkt das wasser wieder weg nehmen hast du fire resistance ja hab ich ja dann direkt einmal wieder weg kannst du deinen auf weg machen ja ja warte doch äh blöcke 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 die räume erst wieder zumachen wo sie durchfliegen können ja das mach ich schon die ganze zeit so so boah spackt bei dir auch dieses lava so rum ja ja so meine blaze freunde ich hab was für euch ich komm jetzt zu euch ich hab was für euch ich hab was für euch ja der raum ist der einfachste finde ich ja ja aber ein bisschen tricksen kann ja weil man immun ist ne ja ich muss aber gucken wie lange noch immun ne ja ich hab noch zwei minuten drei vierte drei minuten noch tschüss barna wie schnell ging das denn eben vor allem weil wir beide zusammen noch abgebaut haben zum schluss ja klar ja klar hier krieg sich nicht lebt ischen ich habe eine minute 30 nur noch ja ja dankeschön super wenn sie dir nichts antun manche räume haben gar nichts drin ja jetzt kommt auch noch die spinne bei mir eben an dem schnelle kill und so ein bisschen feuer das ist schön wie lange habe ich noch zwei minuten noch nicht nicht mehr ich habe jetzt noch 30 sekunden in der zeit muss alles tot sein in dem raum da renn mir doch nicht ins schwert muss was fassen da hatte ich mein körper reingeworfen ja ich würde sagen wir gehen erst mal hoch und öffnen erst mal eine runde oder also also durch das einmal komplett sterben habe ich einige verloren aber es soll es aber ein paar habe ich noch nicht übernommen da komme ich nicht egal wo ich den weg durch überlehr die 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 adolf hitler hier folgen jetzt ja irgendwo sind immer welche noch hat mir vielen einfachen weg gemacht ich bin vielen einfachen weg gemacht ja finde ich auch wenigstens ja ich weiß uns bisher zu behindert dazu wobei der andere nebenan war es mir scheiß egal ist ein eigenem bauen dann weiß ich den auswendig so erstmal alles ins inventar alle coins und alle billions auspacken muss generell sind wir lernen erst mal sortieren hier ich würde sagen erst mal den ganzen crap wenn sie mit ins me system ja alles rein da machst du hast du das gerade angemacht super einfach den ganzen scheiß da rein so die coins erstmal weg den behalte ich ach creator backs habe ich so irgendwas noch was man rausnehmen kann wieder feather falling protection die spitzhacke nehme ich dennoch raus ich brauche eine zweite weil meine sowieso gleich kaputt ist ich mache das jetzt kaputt na erstmal